ach sie hat jetzt noch mal gewechselt ja warte lasst mich kurz mal gucken was ich noch so habe ich dachte ich bin jetzt weiter die cloud haben ja aber wieder dann alle wechselt ich habe gefragt wir hätten auch clowns weiter spielen können wir alles gut ich war ja auch selber gerade wichtig wo soll ich noch für autos ab hier den habe ich auch ich glaube ich habe so ziemlich alle fahrzeuge gerade nur was ich noch machen na komm aber warte mal ich hab noch erzählen und so nicht drin sagt bescheid wenn ich weiter morgen rennschlage so jetzt kommt kann man ja ja jetzt ich habe mich irgendwie voll an super mario kart hier immer also mario karte gibt es mario kart jetzt wieder mario karton oder so das ist glaube ich für die switch das ist quasi zu hause ja ich glaube mario karton live heißt es nicht ja auf geht's die kreuz eigentlich zum thron jetzt geht es weiter mit wort neu das ist wieder bis zum reinkommen das fahrzeug jetzt ich habe es versucht weg zu hauen aber es hat nicht richtig geklappt ja ich trage ich ja ich trage ich aber leider nicht schade ich sehe wir direkt wo wir sind du musst so ich bin damit ich bin damit gut dass mark was damit gegangen ist und das Ich denke, dass ich das hin kann. Ja. Hat er gut gemacht. Du bist... Ich wurde auch immer safe gehindert, das zu verhindern. Das war so richtig recht. Die hatten wir versägen. Komm! Ach, Mann! Jetzt! Ja! Schön gemacht, gell? Ja, sehr schön. 2-2. Ich bin jetzt ein bisschen runtergekommen. Ach, schade. Achtung! Da ist er doch. Shhh! Mann, ey! Oh! Hä? Ich... Dreimal wurde ich jetzt grempelt, wo ich versuchen wollte, den Ball noch zu spielen, ey! Zum Kotzen! 2-4! Hängen wir wieder 2 Tore hinter. Komm! 2-4! Ich mach mich drüber, ey! 2-4! 2-4! 2-4! 2-4! Jawoll! Sehr schön! Ich hab wieder keine Vorlage bekommen. Die sind hoch und kick gerade von Markus und ich hier. Eigentlich war es eine klare Vorlage. Ich weiß nicht, wie du das spielst, das werdet, Kev. Nö, ich hab dir... Der... Der... Der war in der Wand zu dir. Der kam zur... Nein! Leck mich doch am Säger. Das kann auch sein. Das gibt's doch nicht! Da hat er den noch gehalten. Ich hab da nämlich auch noch reingedrückt. Mann ey... ich… Ich bin nicht dabei! Ohohohohoho! Das sieht aber genauso aus. Komm, alter astronomierend. Ich weiß nicht. das ist ich habe ich habe ich war ja dran aber ich wurde wieder gerammt ich habe leute das können wir doch noch in ein einturm ist auch noch machen ja schön ich werde auch dazwischen gegangen ich bin entgegengekickt da war aber ganz noch nicht ganz unwichtig dass du dir noch ein bisschen gehalten hast da konnte ich noch eindrücken kommt so ja ein bisschen raus oh alter hallo man kommt leute weg was auf dem mund verlängerung eine verlängerung golden goal mit dem scheiß luckshot gewinnt er das ding am ende noch jetzt war da so durchgegangen da keiner war so ein billiges tor so gut Aber der hat einfach das ist ja ja das ist die gleich dass der typ der das vorgemacht hat hat den reingewirkt hat so ein scheiß glück der trifft ebenfalls so ein tor weiter hier wird da richtig rein wie in einer gerammt die ganze zeit warum gehe ich da noch ran warum gehe ich da noch mal der typ alter geben das ist doch nicht weit die würden sich da irgendwelche dinger zu reihen vor allem das willst du als verteidiger an der stelle bitte machen den jahren auch auswählen der letzte ball eben von der der jetzt der erste jetzt zweiter sind dann ist so glückstore die schießen den einfach irgendwo hin und er geht immer noch rein weißt du unsere holen die dann so raus war die ganze zeit schon aber vorher noch mehr komm marcus schade 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 ja wohl kommt jetzt wassen jawohl sehr gut das war jetzt auch mal ein frust war perfekt gemacht es war sehr gut gemacht auf jeden fall hauptsache dass wir so einen lackschotter verlieren drei tor hintereinander mit glück reingemacht haben wir auch mal ein bisschen glück dabei breakdance auf dem kopf ok komm leute wir sind anstrengender ja das ist einfach nervig jedes mal die gleiche kacke bekommt du brauchst du ausgleichstreffer und kriegst quasi gegen zu das nächste tor wer sonst so glückstreffer die machen eigentlich nichts nach vorne die haben drei toren die drei torschüsse gaben zwei davon bin einfach mit viel diesel reingehauen ist vorsicht da hinten ich kann nicht mehr mit daher und wie da ist der zweite rückstand ganze arme kaputt und wieder hier ich 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 habe sie nicht getroffen. Alter, Mobbing! Ein langer Ball von uns. Sorry, aber du warst im Weg, Baby! Nee, nicht du! Die ganz anderen hier, die von den Gegnern, ey! Komm! Boah, das gibt es nicht. Ah, schade. Aber jetzt... Ah, wo ist die 3,50? 3,50. Nix da! Los, Kev! Nee, ich kann mich... Über den einen kam ich nicht nur weg. Ich habe auch kein Buß gehabt, ob ich irgendwas machen könnte. Wird ein bisschen mehr Buß, wäre es vielleicht drin gewesen. Alter, dieses Gerämpel, das geht mir so auf den Sack. Ja, sorry, das war jetzt ich. Das war kein Herz, sorry. Ja, aber du hast acht Leute auf dem Platz, das ist normal. Ja, alles gut, aber trotzdem ist es manchmal echt anstrengend. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist gerade auch ein bisschen der Frust. Wir kriegen gerade nichts auf die Reihe. Das ist das Problem. Du verlierst Spiele gerade, wo die echt, keine Ahnung, fünf Kilometer wegschießen. Und trotzdem ist das Ding irgendwie noch drin. Das ist halt gerade nervig. Ich weiß das. Vielleicht auch ja. Aber, was willst du machen? Die Ware, der Butter. Ja, die Spiel... Da ist er noch nichts daran, dass die einfach wirklich zwei, drei Tore, wo die echt... so viel Dusel drin hatten. Lass uns mal bitte rausgehen. Ich habe keinen Bock, jetzt noch mal gegen die zu spielen. Jetzt noch mal von irgendwelchen von den Leuten auf den Socken nehmen. Das macht mich dann aggressiv. Jetzt hörst du mal, wie sich die vorhin gefühlt haben müssen. Ja, aber wir haben uns die Tore ein bisschen erarbeitet. Und die, wie gesagt, der eine mit einem Pressball, der an die Decke zweimal springt und dann irgendwie noch reingewirkt wird. Weißt du, damit gewittert, der gewinnt wieder das Spiel in der Mitte 5-4. Ja, mich knaschen sie immer weg, wenn ich irgendwas verhindern will. Jetzt kommen wir wieder bei denen, ey, das kriegt ein Trinise. Oh, das Spielfeld hat, glaube ich, noch nicht. Man soll ja noch eine Kollision. Nee, ich glaube, die hat man noch nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Ich bin nur einer alleine und zwei Fremden und ein Boot. Fällt auch noch nicht schön. Ein schönes neues Feld. Ja, wir sind orange. Jetzt hab ich mich getroffen. Ich hab dich sauber getroffen, scheiße. Alter, geh mir auf den Nüsse. Das ist eigentlich noch. Ja. Ja. Da hab ich keinem Tor dahinten. Was hab ich noch vernünftigen langen Ball? Jetzt. Ja. Ja, die haben halt keinen Torwart gehabt, ne? Wenn ihr die einmal ausgespielt bekommt, dann ein bisschen durch. Du merkst halt sofort, wenn Leute, keine Ahnung haben, wenn die alle nur zu dritt oder zu viert wild auf den Ball drauf springen. Ja, deswegen ist es halt für mich auch, sag ich ja gerade, für mich ist es wichtig, einmal hinten zu haben. Dass solche Bälle halt nicht passieren. Oh yeah. Meiner. Ja, du merkst, dass das ein etwas niedriges Niveau ist, als das, was davor umliegt. Wenn die Veteranen sind, dann spielen die echt schon ein paar Jahre schon bei der Partei nichts zusammen. Ich war Veteran, wirst du, glaub ich, ab Level 60 oder 70. Ich war schon mit dem, aber konntest du Level 200 mittlerweile hier. Näh. Ich bin noch nicht mal Level 10. Das geht aber auch schnell. Du brauchst gar nicht 2.000 oder 3.000 Erfahrungsfunk, da bist du Level ab. Und die kriegst du eigentlich relativ schnell zusammen. Mit meiner Vorlage, schön gemacht. Ja, du standst halt schon wieder falsch rum. Du kannst da hin, ich bin auch, glaube ich, nie reingegangen. Deswegen. Ich bin ganz froh. Die hat die an die Superman, ey. Hä? Die sind bei dem Tor, die hat die an die Superman, ey. Die sind mit dem Tor, die hat die an die Superman, ey. Ja, diese Torex-Version ist das. Ja, 3-0. Krieg dich, krieg dich, krieg dich, krieg dich. Ja, ich war auch noch dran. Oder wäre auch noch da hingekommen. Ja, ich war 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 auch noch da hingekommen. ich gehe trotzdem mal zur sicherheit in das tor ja wir führen jetzt eigentlich sicherer 30 da macht ihr jemand schade ich hätte eigentlich schön dahin gelegt ja auch dabei haben knapp verfehlt was gesehen sorry das war ich das war ich ich wollte eigentlich über die ich springe in dem moment dann bist du hoch gegangen ja weil ich ausschließen könnte wollte da geht das mein freund du kriegst ja nicht ja ich hätte die klassen sollte bleiben sollen da war ich ein bisschen sehr egoistisch ist ich wollte eigentlich eine sekunde später springt der hat dann aber auch der schall auf der linie drückt den rein Oh, ey, dieses Gerempel immer, das geht mir so auf den Sack. Es geht um den Ball, Leute. Ja, der hat genau den richtigen Hinten gehabt, dass er doch... Ja, das war auch keiner von euch. Ja, manchmal möchte man einfach die Leute schütteln durchs Mikrofon und sagen, es geht um den verdammten Ball und nicht um die anderen Autos. Hey, Markus, wie viel für ein Feiz und du rastest hier gerade aus. Ich weiß, was du meinst. Mich kackt das auch manchmal. Ich habe auch schon Leute gehabt, die mich da die ganze Zeit gejagt haben, sechs, siebenmal miteinander explodiert lassen haben. Geh mal da weg. Wenn wir gerade dabei sind. So, jetzt komm. Einer macht dann noch. Schade. Ja, das ist jetzt gerade zum Spiel, wo bei mir alles funktioniert. Nein! Nein, nicht ganz. Der kam von mir. Guter Pass von mir. Egal. 5-2, komm. We are back. Ich bleib dabei, ich mach meine Tore. Ich höre der Pressschlag. Ich höre der Pressschlag. Ich habe bei mir. Ja, ich höre das Ding. Ich möchte, dass die acht Jahre мони geometriert. Ich habe, wenn ich nicht mehr